Sie fahren und sie versorgen in der Corona-Krise die Bevölkerung so, wie sie das schon immer machen. Lkw-Fahrer sind nicht erst während der Corona-Epidemie zu einem unverzichtbaren Faktor geworden. Aber gerade in der Krise wird es vielen bewusst, dass sie systemrelevant sind. Für die Teile der Wirtschaft, die jetzt noch funktionieren, werden sie überlebenswichtig. Doch unterwegs stoßen die Fahrer auf massive Probleme. Tankstellen an der Autobahn sind geöffnet, ja sogar die Toilettenbenutzung mittlerweile gratis. Doch wer sich als Fahrer duschen will oder selbst zum Eigenschutz die notwendige Hygiene an den Tag legen will, gerät in diesen Tagen schnell an seine Grenzen. Nicht nur bei den Verladern, wo die Fahrer vielfach auf Dixi-Klos verwiesen werden. Auch an den Autobahn-Raststätten sind Toilettenanlagen und Duschen oft geschlossen und die Fahrer sich selbst überlassen. Ich kenne ziemlich viele Dixi-Toiletten, sag ich mal, von den Baustellen. Und die sind noch sauber im Gegensatz zu den normalen Toiletten, die auf normalen Parkplätzen vorzufinden sind. Das ist, ja, also ich weiß nicht, da fehlen mir die Worte. Das ist, so lebt kein Schwein. Weil sich die schlechte sanitäre Versorgung der Lkw-Fahrer weiter zuspitzt, bietet der ETM-Verlag mit der Fernfahrer-Truckstops-App eine kostenlose Möglichkeit an, auf der Privatleute und Firmen Duschen und Toiletten für Lkw-Fahrer anbieten. Einfach auf eurotransport.de gehen und downloaden. In der App könnt ihr sehen, welche Unternehmen ihre Duschen und WCs für euch öffnen. Ihr könnt die in der App finden, indem ihr im Filter einfach den letzten Punkt Dusche aktiviert und alle anderen Punkte deaktiviert. Kehrt zur Karte zurück, sucht euch einen Punkt in eurer Nähe, tippt darauf und findet das Unternehmen, das euch die Dusche oder das WC zur Verfügung stellt. Natürlich wäre es hervorragend, wenn ihr auch eure Chefs überzeugen könntet, die Duschen und Toiletten, eure Spedition zu öffnen für die anderen Fahrer, die eben draußen unterwegs sind. Das Wunderbare ist, auch die könnt ihr direkt über die App eintragen. Mit dabei Spediteur Joachim Fehrenkötter aus dem Münsterland, der seine Duschen und Toilettenanlagen rund um die Uhr geöffnet hält. Aus Überzeugung und aus eigener Erfahrung. Also der Lkw-Fahrer hat dann tatsächlich das Problem, dass es einmal natürlich keine Parkplätze gibt oder zu wenig Parkplätze gibt. Das heißt also, selbst wenn eine Raststätte noch geöffnet hat, also wenn eine Raststätte noch Toiletten und Duschen anbietet, hat er dann oft das Problem, dass er da keinen Parkplatz findet. Das heißt also, das Problem potenziert sich und es wird einfach nicht leichter für den Kraftfahrer. Die Resonanz auf Fehrenkötters Angebot ist riesig. Ja, hier können wir irgendwann nicht rein. Das ist tatsächlich heute schon so, dass das wirklich hier die Frequenz deutlich höher ist. Also das Angebot wird angenommen. Und natürlich nicht nur von unseren Fahrern, sondern eben auch von Kraftfahrern von anderen Speditionen. Und ich denke mal, dass wird heute Abend hier noch ein lustiges Reihum gehen. Also das haben wir gestern Abend schon gesehen. Das wird hier, ich sag mal, wirklich gut genutzt. Und die Not vieler Fahrer ist groß. So groß, dass viele tatsächlich mehr als froh sind, sich endlich reinigen zu können. Sauberkeit und Hygiene nach einem anstrengenden Arbeitstag auf der Straße. In der Zeit momentan wie jetzt Corona, man fühlt, okay, ich hab das alles von mich abgewaschen. Wie neu geworden, Corona ist jetzt für heute Nacht passé, morgen fängt der Tag wieder neu an. Viele zeigen halt vollen Einsatz, was ich auch gut finde, um diese Krise zu bewältigen. Aber wenn noch nicht mal die einfachsten Dinge da sind, um sich körperlich reinzuhalten, ist es natürlich sehr schwierig, da noch mehr Einsatz zu zeigen, als den wir sowieso schon zeigen. Und wo man sich auch umhört, die meisten Lkw-Fahrer sprechen hinsichtlich der momentanen Hygiene von unhaltbaren Zuständen. Selbst auf Facebook werden ja Zustände gepostet momentan, dass auf Raststätten schon nur Dixi-Klos stehen. Und wenn man dann viel unterwegs ist, traurig. Vor allem für die Leute, die so wochenlang draußen sind, unsere polnischen Kollegen hier, die kommen teilweise monatelang nicht nach Hause. Das ist sehr eingeschränkt in allem. Allein jetzt, dass man kaum noch Möglichkeiten hat, irgendwo duschen oder auf Toiletten zu gehen, dass die ganzen Kunden eigentlich nicht mehr auf die Toilette lassen. Ist halt, wenn man relativ einplanen kann, dann geht es. Nur wenn man jetzt da beim Kunden ankommt und da mehrere Stunden steht und nicht mehr auf Toilette kann, ist es schon nicht wirklich angenehm, das Ganze. Auch hinsichtlich der Versorgung sind viele Lkw-Fahrer mehr als unzufrieden. Die Raststätten haben entweder komplett geschlossen oder sie beschränken ihren gastronomischen Service auf das absolute Mindestmaß. Längst beklagen nicht nur die Lkw-Fahrer selbst diese Situation. Auch Spediteure haben Sorge, dass dieser Zustand schon bald dazu führen könnte, dass ihre Fahrer zu Hause bleiben. Die sind eine Berufsgruppe neben Verkäuferinnen, neben Krankenschwestern und Krankenpflegern, die wir jetzt zwingend brauchen. Und da können wir nicht die Rastanlagen einfach zumachen. Ich verstehe, dass Rastanlagen geschlossen wurden für den öffentlichen Verkehr. Aber bitte nicht für die Berufskraftfahrer. Hier müssen wir dringend handeln, dass wir zumindest eine Verpflegung gewährleisten können. Geradezu verzweifelt hatten auch die Heuer Autohöfe noch bis zum letzten Samstag versucht, den gastronomischen Service für die Lkw-Fahrer aufrechtzuerhalten. Aber auch selbst auferlegte strenge Regeln hinsichtlich der Abstände beim Essen und sogar der Einsatz von Desinfektionsmitteln halfen nichts. Jetzt darf das Essen nur noch to-go angeboten werden. Und die Lkw-Fahrer müssen es in ihren Kabinen zu sich nehmen. Kompromisse gibt es für keinen Millimeter. Also wir haben es erlebt, dass unsere Restaurantbetriebe mit Polizei geräumt wurden. Wir haben an anderer Stelle erlebt, dass uns angekündigt wurde, wenn nicht um 18 Uhr geschlossen ist, dann wird geräumt. Wir haben alles erlebt. Insofern ist für mich nicht nachvollziehbar, warum ein Lkw-Fahrer nicht das Recht kriegt, mit Stuhl und Tisch, mit Messer und Gabel nach einem vernünftigen Ort zu essen, sondern muss seinen Pappteller auf dem Lenkrad jonglieren. Ernüchterung bei den Fahrern wie hier am Heuer Autohof in Rade vor den Toren von Hamburg. Doch Fahrer wie Robert Sandner sind in diesen Tagen froh, dass sie überhaupt etwas zu essen bekommen. Enttäuschung klingt durch, weil man sich das als Versorger der Nation doch irgendwie anders vorgestellt hat. Genauso sehe ich das, dass wir versuchen, das Ganze in Kette aufrecht zu erhalten, versuchen, die Versorgung aufrecht zu erhalten, geben da wirklich alles, auch die Kollegen, die dann Tag und Nacht unterwegs sind. Und wir selber, wir stehen vor verschlossenen Rasthöfen, vor verschlossenen Restaurants und wissen nicht, wie wir unser Essen bekommen sollen. Das ist in meinen Augen wirklich Katastrophe. Ein bis zwei Tage ist die jetzige Situation für Robert Sandner hinnehmbar. Länger nicht. Die Kabine, so sagt er, ist für ihn und viele seiner Kollegen eben kein Esszimmer. Wir sind zwar dankbar, dass wir Essen bekommen, aber auf Dauer geht das in meinen Augen nicht. Und man muss sich auch was einfallen lassen, wie man die auswärtigen Kollegen versorgen kann, die weiter weg herkommen, die aus dem Ausland kommen, die nicht das Geld haben, sich jetzt für 10, 15 Euro irgendwas zum Essen zu kaufen. Natürlich gibt es unter den Fahrern auch die klassischen Selbstversorger. Also die, die alles dabei haben. Aber wer hart arbeitet, hat eigentlich auch einen Anspruch auf eine regelmäßige warme Mahlzeit. Und die ist für die allermeisten Fahrer fast in den Bereich der Utopie gerückt. Lkw-Fahrer sind zwar geduldige und vielfach auch anspruchslose Menschen. Die Frage ist nur, wie lange noch? Also wir gehen im Augenblick davon aus, auch in der Situation, dass noch alle sehr, sehr friedlich sind und sehr freundlich sind. Die Lkw-Fahrer haben für uns großes Verständnis, weil wir ihnen ja alle Möglichkeiten bieten. Es wird der Unmut hochkochen. Wir sind relativ sicher, dass es nicht lange dauern wird, bis die ersten Lkw-Fahrer sagen, wir machen das nicht mehr mit. Dann wird die Lage eskalieren. Eine Situation, die niemand möchte. Und die vor dem Hintergrund der Corona-Krise verheerende Folgen für die Versorgung der Bevölkerung und des gesamten Wirtschaftsstandortes Deutschland haben würde. Das sieht auch der Bundesverkehrsminister so. Denn er selbst will nicht länger hinnehmen, dass die Brummifahrer schlecht behandelt werden. Bei den sanitären Zuständen und bei der Versorgung. Gesetz ist Gesetz und die geltenden Gesetze dienen der Sicherheit der gesamten Bevölkerung. In einer Situation wie der Corona-Krise muss aber überlegt werden, wer versorgt die Versorger der Nationen. Wenn dies Raststätten und Autohöfe nicht mehr übernehmen können, muss der Staat sich die Frage gefallen lassen, kann das nicht eine neue Aufgabe sein für den Katastrophenschutz, für das Deutsche Rote Kreuz oder für die Bundeswehr. Die Fahrer draußen stehen zu lassen, kann keine Lösung sein. Leergefegt sind inzwischen auch die Redaktionen des ETM-Verlages. Aber in den Home-Offices beobachten wir die Ereignisse weiter und bleiben an den Themen dran. Jetzt aber brauchen wir ihre Hilfe. Also es geht am besten über unsere Fernfahrer-Reporter-App. Dort könnt ihr uns einfach Bilder und Videos einsenden, hochladen auf unseren Server und könnt die mit anderen Fahrern teilen. Um uns Videos zu schicken, meldet ihr euch einfach in der App an. Tippt dann hier unten auf das Plus-Symbol, durchsucht eure Videos, wählt das Video aus, das ihr uns schicken möchtet und schickt es einfach und bequem direkt an die Redaktion. Zum Schluss noch das Thema Eigenschutz. Er wird immer wichtiger. Dazu gehören der Einsatz von Desinfektionsmitteln und manchmal auch Atemschutzmasken. Damit alle Fahrer gesund bleiben und das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten, sollten Speditionen unbedingt erleichterten Zugang zu diesen raren Gütern bekommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020